Willst du es irgendwann? Komm, ich hatte TV in der letzten meiner Lebensgeschichte. Perfekt, die kommen gut so auf einmal. Letzte Woche, als ich gesagt habe, schieß die Bälle so. Hey, willst du mich verarschen? Letzte Woche sollte sie mich anschießen, damit ich was halte. Wo hat sie hingeschossen? Nicht auf mich. Wie wirfst du, Bitch? Nein, schießen. Du sollst nicht mich abwerfen. Hey, ich will ein Video aufnehmen. Du sollst ins Tor. Ja!